Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde der Sonne zu einem neuen Part von Let's Play Yossi's Crafted World. Origami Garten Monty Maulwurf Marathon Match geht erst jetzt weiter. So wenn ihr das wieder am Start seid liebe Leute. Versehen ist habe es gerade hier. Wollte es sehen Partys und streamen aus Dummheit. Habe es dann aber gemerkt und konnte dagegen wirken. Sonst hätte ich die ganze Soße versehen nicht gestreamt. Wäre ja auch mal lustig gewesen aber ja nicht unbedingt das gesickte von allen. So was muss man jetzt machen? Kann man erklären hier. Maulwurf Marathon Match besiege viele Monty Maulwurf. Ach okay das ist dann so ein Minispiel. Nachdem wieviel man hat bekommt man äh Blumen. Ach das geht. So geht das. Ach das ist eh über das ganze Level. Ist fast nicht. Heißt man muss im ganzen Level so viele von den kleinen Zissern töten. Wie nur irgendwie geht. Aber irgendwie töten die Wissen hab ich nicht wieviel kann ich sagen. Ah das müsste glaube ich auch so versluken. Ach man kann nicht mehr so gut wissen. Scheiße ey da oben wäre die erste Münze gewesen. Fängt das schon mal geiler an. Was heißt das als Level was direkt weiter geht. Und dann gefühlt alles verpasst. Aber ich glaube ich werde das Level eh nochmal machen. Weil ich da irgendwie gefühlt an allen Maulwurf wenn du vorbei hast. Anstatt sie so oben zu legen. So ich hoffe alles gehts gut ne. Ähm ja jetzt gehts ja endlich weiter hier mit Josses Crafted World. Damit kamen ja die letzten Tage eher spärlich leider. Ähm. Uh da ist eine. Ja machen wir es halt auch so wenn es geht. Ähm. Jetzt gehts endlich weiter mit dem Projekt. Ich konzentriere mich gerade weshalb ich auch so leise bin. Die Biere müssen jetzt ein bisschen konzentrieren. Auch wenn ich hier das übelste Fail parat. Ist jetzt mein 20. Ich kriege 20 Maulwurfen die ich hier hab. Aber okay. Die Biere fährt mir. Wenn man bei der Hardcom Ars geht aus. Oh mein Gott. Es gibt ja gleich hier ein paar mehr. Das ist wenigstens ganz so mager hier. Was dann bis auch gut so ist. Was. 27. Das ist trotzdem. Nicht. Viel. Aber okay. Wir nehmen es hin. Ja. Und jetzt gehts ja endlich weiter mit Josses Crafted World. Alles hat Tage oder so. Du wirst einigermaßen Durst bekommen. Damit bald mein Team Sonne Gletscher starten können. Darauf konnte ich euch auch freuen liebe Freunde. Also. Zumindest freue ich mich drauf. Weil es wird richtig richtig. Ist die Card cool. Äh. Ich siehst mal hinten mal alles ab was wir in die Klauen bekommen. Ein paar. Oh mein Gott. Scheiße. Mann. Was ist denn das. Ich bin da immer enorm unter Druck. Ähm. Wenn die Scheiße so. Wenn man da so im Zeitdruck ist ne. Unser. Unser. Hardcore enorm. Kommt doch einer. Nein. Nein. Ich glaube ab 455 Kette. Ab 455 Kette ist irgendwie erst so eine. Munster gegeben. Oder so. Okay. Das ist traurig. Das müssen wir nochmal machen. Habe so das Gefühl. Ne. Das war nicht so geil. Das machen wir es nochmal. Und diesmal machen wir es besser. Ja Leute. In dem Part machen wir dann nur diesen. Monty Mawroth Mads Ding. Weil ich will hier jetzt noch mehr machen. Die sich halt hinbekommen. Das wird leider auch kein langer Part. Leider Gottes. Weil ich hier. Gerade jetzt muss ich den Part aufnehmen. Leider nicht viel Zeit habe. Weil ich jetzt nochmal. An Testschreib. Übermorgen. Für den ich halt nochmal hardcore viel lernen muss. Jetzt gleich. Ähm. Danach verbessert es es. Aber seitens wieder. Also da keine Panik. Äh. Das bekommen wir hin. Ich bin jetzt so viele von den Sissern einzusammeln. Wie es nur irgendwie mir möglich ist. Äh. Hier oben war nämlich auch die erste. Ganz genau. So. Ich hab keine Ahnung wo. Wie ist hier. Bäm. Wir sind alles viel besser. Wir haben uns mal sehen. Maulwurfe. So von Anfang gar nicht mal ganz so schlecht. So. 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 нач04. mal rauskommt. das ist lässt. Oh. Ehre. Dass wir hier wieder assignn. Hat uns die Sbl zu verkosten? Ich bleib番萬isch nicht. Ehre. Ach ich bekam dargestellte die weiteres mische konzentriere. Das ist hier keine allzu große Size-Bau. Ähm, nehmt es nicht persönlich. Äh, oder so, keine Ahnung. Jupp, läuft. So, gleich kommen auch wieder die Riesendinger. Äh, uh. Joa, das ist, ähm. Ich glaube, es ist zu spät. Nein! Nein, 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 nein! Ich glaube, die nicht lasst mir rein. Die war doch irgendwo hier. Genau, ja. Das Klima definitiv. Das ist auch erst der erste von Pan. Also alles dufte und da. Wäre diese Brümen, okay, die habe ich jetzt halt komplett verpennt. Hätte auch von der anderen Seite herangemüßt im Nachhinein, aber egal. Scheiß drauf. Äh. Man kann auch nicht alles haben. So. Ich weiß nicht, wie man... Und wenn man ein paar große hat, ist es eigentlich gar nicht mal schwer, die Menge hier zu treffen. Überhaupt die ist. Und die kamen jetzt hier auch da relativ bald zu bleiben, die Großen. Ich darf halt nicht so als die Dummerheitsfehler machen, ne? Ähm. Hallo! Wieso ist denn mein AIM gerade so derbeschläst hier? Wie kann es mir nicht weg, ne? Nein! Geil, ich hab mal Hardcores hier weggesagt, sonst hättest du das eins erst genug gehabt, ne? Schande, dass dem da wirklich seine letzte Sekunde weggeratzt ist, ähm. Mal schauen, wie viele jetzt so gefehlt hätten, aber ich glaube, ich bin jetzt gar nicht mal so ganz lässt. Aber ist nur eine Vermutung von mir, weil wir werden es jetzt sehen. Ah, ich hatte 55 und ich brauchte heute 60, ne? Scheiße. Egal, egal. Wir sind zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben, weil ich brauche auch nicht alle einsammeln. Es ist okay, ich will es jetzt kein drittes Mal machen. Sagen wir es so. Oh, hier haben wir ja zwei Möglichkeiten, wo es das nächste Mal weitergeht. Hier so ein Typ mit 50 Grinseblumen, aber ich will nochmal, es wird in die andere Richtung sorgen. Was es denn hier gäbe? Wie viel will der? 10. Wir haben 15, also nehmen wir auch den von 15. Warte, wenn wir uns das so leisten können, ne? Dann hau mal doch zu, ne? Und dann geht es mit dem hier im nächsten Part weiter. Was ist denn das? Wir werden es sehen. Meine fünf bekommen, was da wieder zusammen vor den anderen Weg, wenn wir den später nochmal irgendwann machen wollen. Oder einen der zukünftigen Parten, dann passt das dem entspressend. Ja. Wunderbar. Mehr ist ein Buchladen. Herzlich willkommen. Oh Gott, das ist ein Buchladen. Wie ja geil. Mehr ist ein Buchladen. Das ist schön. Sehr schön. Flauselmobil, das hört es da richtig, richtig, richtig schön an. Und damit geht es im nächsten Part weiter, der auch wieder länger wird, ist das Prestos Neues. Das war es mit dem Part. Wir haben ein bisschen diesen One-Team-Marathon da gemacht. Was auch immer das war. Nee, war so interessant, ne? Das ist eigentlich das Sossys Crafted World auch ein schönes Spiel. Wirklich. So, im nächsten Part geht es weiter, liebe Leute. Ich bedanke mich ganz herrlich beim So-Sauen von dem Part. Herzlichen Dank, Herr Zahra, das ist die Verabschiedung. Herzlichen Dank für das So-Sauen von dem Part von Sossys Crafted World. Im nächsten geht es weiter. Macht's gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.